Hallo ihr Lieben da draußen, herzlich willkommen hier bei Firmware Fokal. Du bist schon vor der ersten Aufnahme völlig der Maske. Du kriegst unter dieser Maske einfach nicht genug Sauerstoff. Ja, wir sind wir beiden Bondage Boys. Hi. Also ich mag ja ein Boy sein, aber bei dir bin ich mir nicht so sicher. Jenny ist auf jeden Fall zu Hause, hat sich da kuschelig gemacht. Ja. Und wir hocken jetzt hier in der Nacht. Es ist ein Uhr. Tja. Ich habe da unten einen erschossen. Da unten ist, da war einer. Ja, da war einer. Den haben wir jetzt schon erschossen. Ich habe übrigens ein lustiges Symbol links. Soll ich es dir beschreiben? Ja. Es ist ein stilisierter Po. Ja, mit Asche. Ja, du hast Mörti. Darunter ist ein Häufchen. Ja, das Problem ist, wir sind ja hier immer noch im verbrannten Biom. Und das Zeug brennt uns halt echt alles von der Haut. Und deswegen haben wir ein paar Problemchen mit der Temperatur. Ja, das ist halt so. Was willst du machen? So, kannst du jetzt mal einen Schwang aus der Jut erzählen? Wir müssen jetzt hier noch drei Stunden verbraten. Ich habe Durst. Also ich kann so viel sagen. Ich bin zu Hause Fleck. Ich sitze im Warmen und muss keine Angst haben, dass mir im nächsten Augenblick die Zombies den Ständer unter dem Tor wegreißen. Das klang komisch. Also im Warmen sitzen wir auch. Im Warmen sitzen wir auch. Das ist kein Ding. Ja, im Warmen sitzen wir tatsache auch. Ja, das ist richtig. Oh, seid ihr langweilig. Du, wir könnten jetzt natürlich auch losgehen? Nee. Meinst du nicht? Ich habe euch jetzt, bevor wir angefangen haben, habe ich euch mal da einen Waypoint geshared. Ihr könnt den mal annehmen. Nö. Mir nicht. Share Waypoint. Allies. So. Und jetzt müsste der unten links bei euch auftauchen. Auf der Karte oder was? Ja, mach doch mal M auf. Und da unten links bei Share Waypoint. Da müsste jetzt einer... Ja, ja, ja. So, und dann klickst du den an und drückst auf Show on Map. Oder Save Waypoint ist das. Save Waypoint. Sorry. Save Waypoint. So, habe ich jetzt. Und der ist wo jetzt? Der ist ganz weiß, am besten. Da ist nämlich die große Stadt. Die habe ich euch jetzt mal markiert. Oh, weißt du, dass da die große Stadt ist? Ja, Minyas hat mich da auch aufgeklärt. Ich wusste das auch nicht. Die Stadt ist immer bei 0,0. Geschieht es. Nein, nein. Geschieht was? Die Stadt ist immer bei 0,0. Und das war jetzt hier was? 0,0 ist die... Nein. Ja, das ist so ungefähr... Hier so ein Stück südlicher von... Ach, das passt schon. Ist ja groß genug, das Ding. Ich gehe jetzt hier eine runter. So. Jetzt ist mir doch wieder warm, ne? Oh Mann. Und so. Ich nicht. Ich habe nur Dünnpfiff. Man hat gesagt, ich soll die Fivers benutzen. Ja, aber das ist jetzt auch nicht so das Wahre. Aber ganz ehrlich, so weit weg ist die zentrale Stadt von zu Hause gar nicht. Wo ich bin. 2,1 Kilometer. Ja, so geht's, ne? Wir sind genau in die falsche Richtung gegangen. Gerade ob ich was stecken kann oder sowas. Das sieht aber so aus, als wenn dieses verbrannte Biom wirklich so groß ist, wie ich denke. Dann ist die fette Stadt auch da. Das finde ich doof. Ich fühle mich. Ich bin gerade irgendwo runtergehopst. Ich bin neben dir. Ich klatsche doch jetzt nicht auf den Boden auf. Ich sitze da oben. Alter, wie du das siehst. Wie siehst du denn aus? Du hast noch eine Fackel in der Hand. Das macht die ganze Sache. Deine Nase. Guck da an. Deine Nase und Kinn. Und dann hast du einen Bart, sag mal. Was ist mit meiner Nase? Die gucken noch durch das Metall durch. Ist das bei mir auch so? Sieht auch so aus? Doch. So sieht ich viel besser aus. Jetzt habe ich es noch nicht gesehen. Hast du was verändert? Ich habe den Helm abgenommen, du Nase. Den hast du noch aus? Du Nase hast du gehört? Ja, vor allen Dingen. Er sagt, dass er so die Nase da durchguckt. Ich habe übrigens noch 2,4 Stunden Durchfall. Herzlichen Glückwunsch. Ich muss jetzt auch trinken. 21. Okay. Jetzt egal. Ich ziehe mir jetzt was an. Frage. Wollen wir uns in einer großen Stadt treffen? Oder wollt ihr erst nach Hause kommen? Das könnten wir eigentlich machen, Flagg. Ich glaube, wir kommen erst nach Hause, oder? Wir sind ziemlich beladen. Ihr seid ziemlich beladen, ne? Dann müsstet ihr erst nach Hause kommen. Nee, komm, dann gehen wir in die Stadt rein. Das kriegen wir schon irgendwie zusammengelegt. Flagg, wenn euer ganzes Inventar voll ist. Weißt du was? Letzten Endes mir ist es Latte wie Schnürschuh, aber... Das schmeißen wir alles weg. Weißt du was? Ich gehe jetzt sterben. Warum? Ich habe 60 Wellness. Ich habe nichts zu verlieren. Nur für den Kick, für den Augenblick. Für den Kick, für den Augenblick. Leute, tötet mich. Tötet mich. Wie gesagt, ich habe 60 Wellness. Ich habe nichts zu verlieren. Ich mache das jetzt ähnlich. Da ist ein Zombie. Aber ich gehe nach Hause. Also ich gehe in Richtung Stadt. Ja, wir treffen uns dort. Warte, du kommst aber jetzt erst nach Hause. Habe ich das richtig kapiert? Ja, ja, ich bin gleich da. Ein paar Sekunden. Ja, ich komme sofort. Das war jetzt ein bisschen... Ein bisschen cheaten war das ja schon. Die hat gesch... Eben, sowas meine ich. Nein, nein. On my bed, Roll. Sowas meine ich. Oh Gott, hier ist schon wieder die Frames heute. Wo geht's? Der Hammer. Ja, super. Und auch noch das Bein gebrochen. Verdammter Mist. Hallo, Jenny. Hallo, Janne. Ich bin wieder zu Hause. Where are you? Da unten halt. Ne? Ich bin da unten. Ich laufe in Richtung Stadt. Ich schaffe das. Da. Guten Tag. Hallo. Na, wie geht es Ihnen? Auch mir geht es gut. Black Bandana, was lasse ich denn da? Jenny, wir sollten wirklich auch alles da machen. lassen, ne? Lass auch schaufeln da. Nur Pickaxe und, äh... Tja, was können wir noch mitnehmen? Eine Ex halt. Ja, ich nehme noch ein bisschen Essen und Trinken mit und so, ne? Brauchst du eigentlich noch? Ja, ich finde es ja alles folgt. Fürs Protokoll, ja? Ja. Yola hat sich einfach, Yola hat sich einfach hier Feige davon gemacht und ich, ich kämpfe mich durch. Ja, mach mal. Viel Spaß. Wo gehen wir hin? Wir wollen nach Westen, ja? Ja. Ich habe dir das doch geshared. Lauf einfach zum Wegpunkt jetzt. Ich nehme ein bisschen Holz und ein paar Woodframes mit, ne? Ja, kannst du ja machen. Also das auf jeden Fall. Pisch, 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 grip. Der Witz ist, ich sehe diesen Wegpunkt nicht mehr. Ich habe den zwar vorhin angenommen, aber ich sehe ihn nicht mehr. Na, dann müsste er jetzt oben rechts auftauchen, oder nicht? Ist er oben rechts drinnen, oder nicht? Guck doch mal. Nein. Oben rechts? Na, dann musst du ihn nochmal annehmen bei Shared Waypoint. Bild C, Bild C. Doch, ich sehe ihn. Alles klar. Ich bin unterwegs. Jenny, ich bin noch nicht bereit, Jenny. Alles gut. Lass dir Zeit, die du brauchst. Ich muss die Wrench, lass ich da. Alles tut die. Ähm, was nehme ich denn mit? Ich schaffe das, ich schaffe das. Ratet mal, wer die Scheiße... Äh, die Arrö hat. Unsere gute Wrench lasse ich da. Das ziehe ich jetzt an. Das ziehe ich an. Achso, hast du mich schon Bandage gesehen, Jenny? Nee. Bandage. Sag mal. Warte mal. Die Schuhe, aber... Ähm, den Helm. Ohne Momento. So sind wir die ganze Zeit rumgelaufen. Ich hoffe, du siehst das jetzt. Nee, nee, sehe ich nicht. Achso, jetzt, ja. Geil. Das ist der Hammer, ne? Nur die Nase guckt raus. Aber mir auch, ne? Siehst du das jetzt? Oh Gott. Guck mal. Oh Gott. Was hat sie denn jetzt? Ich habe keine Ahnung. Hilfe, Flagg, Hilfe. Ich brauche dringend Hilfe. Du hast dich umgebracht, hast du die Flocke gemacht. Na ja, so war ich vier. Also, ne? Ist doch besser, oder nicht? Äh, eine Bandage ist ein bisschen wenig. Ich meine, jetzt habe ich ja schon Dünnpfiff. Jetzt kann ich auch hier aus dem Pott trinken, oder? Ich ziehe jetzt erstmal alles an. Das ist gute Murky Water, nehme ich jetzt mal mit hier. Wo waren denn die Klamotten? Wo haben wir denn Klamottenkissen? Ach, so ein Dreck. Klamotten haben wir gar nicht mehr großartig. Ach, doch, hier habe ich eine gewohnt. Ach, guck mal, man kann sich in Wasser abkühlen. Ach, das ist ja cool. Ja, im Wasser kann man sich abkühlen, ja. Ja, das bringt ja nicht so viel, Flagg. Warum eigentlich nicht? Also, in echt funktioniert das gut. So, die Öfen brennen jetzt noch, oder was? Fehlt noch irgendwo was? Ja, hier fehlt noch was. Zack. Äh, da gab es doch so einen Song, da ging es auch um einen Ofen. Warte mal, Rollover, Beethoven, Ofen oder so. Ha, 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 ha. Irgendwer hat auch gesagt, dass deine Witze immer schlimmer werden. Ja, das ist... Nein, die werden immer besser. Naja, nicht wirklich, aber okay. Jetzt friere ich, jetzt wird mir kalt. Sag mal, ich glaube, es hackt erst, erst erst... ... liegst dich hier vor Hitze und dann... Was ist denn hier, das ist hier eigentlich mit den Kissen los? Wer macht denn das? Aber das lasse ich jetzt so. So, wenn wir ein Lied über die Erhöhung singen? Ich hau jetzt... Jolle, kommst du? Ja, ich hab... Ich warte hier draußen auf dich. Ich muss dann noch meinen Inventar ausleeren. Ich sehe das schon, komm, ich bin gleich in der Stadt. Stimmt, wer? Bei den Damen. Oh, ich krieg wieder Frames, das ist sehr gut. So, meine liebe Jenny, wo bist du denn? Na, hier bin ich. Ja, hier bin ich. Würdest du jetzt sagen, du siehst mich nicht? Da hinten, okay. Entschuldige. Hilfe. Hilfe. Wie sieht denn das aus hier? Also, unfassbar. Jolle, wir wollen jetzt in der Stadt. Flaggy ist noch vor uns da. Ja. Das ist 5 Uhr noch was. Komm, das schaffen wir. Ähm. Oh, Kreicherin. Die müssen wir jetzt noch machen. Ich sehe das schon, komm, ich komme in der Stadt an und dann... Oh, pah, 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 pah. Das war ein Astreiner Headshot. Headshot. Die hast du gut gemacht. Achievement entlockt. Ey, ich brauche, ich brauche Nester. Was? Das ist richtig, ich sehe meinen eigenen Punkt nicht. Der wird noch nicht angezeigt, ne? Also, ich habe... Nur zur Info, Jolle. Du hast doch mal gesagt, dass, ähm... Ja. Der Quality Joe bleibt. Ich habe ihn jetzt schon wieder verloren. Genauso wie in der letzten Aufnahmesession. Ja, dann müssen wir das jetzt auch alles durchrödeln. Bei mir im Singleplayer bleibt das Ding. Minjas hatte das Problem auch, aber da dachte ich eher, weil wir auf einem Server spielen. Also, da haben wir beide das Problem. Ähm, dass das jetzt bei Fleck auch so ist, ja, pff, beschwerte ich bei ihm. Was kann ich denn dafür? Jenny, da ist ein Bär. Behältst du deinen Quality Joe? Ich? Habe ich denn schon auf Quality Joe gelevelt? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, Jolle. Ich weiß, dass ich es letztes Mal und vorletztes Mal getan habe. Der Bär ist schon weg. Ich gucke mal. Ja, ich glaube, Quality... Ja, ich habe meinen. Drei von drei. Herzlichen Glückwunsch. Ja. Dann darf ich alles looten. Und du nicht. Da ich ja eh schon Diarrhoe habe, kann ich eigentlich auch weiter das eklige Wasser saufen, oder? Ja. Ja. Immer rein damit. Nein. Das flutscht eh durch die Hose. Wo ist das Hänchen? Das... Ja, komm. Hänchen. Lass den. So außer Atem, das liegt bestimmt an dem Durchmarsch. Das liegt an der Hose, genau. Wo müssen wir hin? Nach Westen. Oh Gott, Jenny, das ist ja... Oh, ein... Das ist ja Trauma. Victor, Victor. Dieser Weg wird Trauma. Soll ich Victor mitbringen? Ja. Bitte? Hat das Hänchen getroffen? Wo ist das Hänchen? Äh, ich habe keine Ahnung. Hast du es? Ja. Soll ich dir das ausnehmen? Okay, du hast... Ey, komm, das war ein Treffer, Victor. Oh, nee. Da drüben ist das Kinderblock-Biom. Was ist das denn für ein Scheiß hier? Die verbrannte... Verbrannte Scheiße links. Halb verbrannte Scheiße rechts. Was ist jetzt? Jetzt ist der Scheiß-Bogen kaputt. Es darf doch nicht... Warum ist denn der... Wo ist der Bogen? Jenny, da ist was zu futtern. Warte mal. Ich lade dich mal kurz hin. Ja, ich habe gebrochenes Bein. Wie immer. Brauchst du... ... einen Helm? Brauchst du Helm? Ich muss jetzt... Ich versuche, unser Kotten zu sammeln, dass ich mir Dings machen kann. Du bist blind. Aber Victor hat voll die dicke Schwarte. Ja, das ist ja auch ein richtig geiler Schinken. Tja, jetzt habe ich dummerweise mein Bogenmesser weggeschmissen. Das ist natürlich ein bisschen doof jetzt. Und du kommst auch voll beladen da an die Stadt an. Das ist jetzt... Macht es nicht besser. Das nicht. Nein, nein. Ich bin überhaupt nicht voll beladen. Nein, nein. Ja, das ist wirklich problematisch jetzt, ohne Witz. Jenny, du bist da drüben. Okay. Wofür habe ich denn jetzt Victor erlegt? Ja, weiß ich doch nicht. Ich darf in die Richtung, in die wir müssen. Ja, warte, du öffnest. Ach, nö. Kommt, Burn Zombie. Verpiss dich. Ich will hier keiner. Au. Au. Brenne. Die Burn Zombies gehen aber noch, ne? Oh, ich kriege den hier nicht. Mir ist das so doof. Mir ist das so doof. Ich habe 101 Dalmatiner-Pfeile. Ich haue jetzt ab. Man kann jetzt sagen, ich stinke, habe ein gebrochenes Bein, Durchfall und mir ist warm. Herzlichen Glückwunsch. Ich glaube, du bist doch richtig im Arsch. Kann man sagen. Wo bist du denn jetzt? Einfach weitergelaufen. Du bist einfach weiter... Ja, danke. Ich soll das erwarten sehen. Du warst doch schon fertig mit den beiden Zombies. Was sollte ich dir denn da jetzt noch helfen? Da war noch welche, aber ich habe ein gebrochenes Bein, Mensch. Ach so. Wir fallen in der Kruppel. Ich bin auf der Kruppel hier. Ach komm, hab dich nicht so... Da ist noch ein Victor. Knirsch halt ein bisschen. Lauf weiter. Zählen. Ich habe 42 Knochenmesser. Ja. Ich werde das nicht mehr vergessen, ne? Warum kann ich hier nicht langlaufen? Hä? Wieso ist denn mein Bogen... Ach so. Jenny! Ja, ich bin unterwegs. Du bist da hinten. Wir können hier so teilweise... Sollen wir die Ruinen hier mitnehmen einfach? Oder lassen? Keine Ahnung. Ich weiß es nicht, Jorle. Weil ich Angst habe, wenn wir da echt in die Stadt kommen. Brauchst du nicht. Brauchst du nicht mehr. Minas und ich auch. Wir haben uns gedacht, oh Gott, ist das jetzt eine gute Idee, in die Stadt zu gehen. Und dann haben sie alle schon geschrieben, das ist wie ein Kinderausflug. Und sie hatten vollkommen recht. Du musst ausstaunt sein. Was ist denn ein Kinderausflug? Naja, weil es gibt keinen... Hi, hier ist wieder Kacka. Okay. Jenny. Nein! Was ist denn jetzt passiert? Jenny ist verreckt. Jenny, wieso? Woran? Ich habe keine Ahnung. Jenny, wie sagst du denn deinen Ton? Weil der von hinten kam. Oh, Scheiße. Es sind immer ziemlich viele hier in dem Biom. Bei mir sind keine. Jenny, das ist doof. Soll ich auf dich warten? Kannst du machen, wenn du möchtest. Verteidige mal meinen Rucksack. Ja, dann gucke ich mal, dass ich dir... Wohlgemerkt. ...abgeschossen komme. Ja, und ich lande mich genau in den Spitz. Ja, natürlich. Ist doch immer so. Ja, warum auch nicht. Wie lange geht denn dieses blöde Durchfall noch? Kannst du dir anschauen, wie lange der Status noch anhält? Das Problem ist, ich sauf ja die ganze Zeit, das dufe Wasser. Aber ich hatte es gerade nicht, ne? Also... Ich hatte es ja da auch nicht. Ich habe ja auch schon einige Fläschchen... ...blöde gemacht worden. Vielleicht gleich beim ersten Glas. Flup! Timelift 1,4 Game Stunden. Also, das müsste ich ja durchhalten. Oh, diese Krawler! So weit weg dürfte ich gar nicht nur sein. Lauf einfach mal durch, dann... Ich, ich gewinne! Ich gewinne! Gewinne, gewinne! Problem ist... Keine Ausdauer mehr. Genau. Oh Gott! Boah, habe ich mich verjagt. Und ich bin zombitös. Na super. Hat jemand mal einen Honig für mich? Oh Gott, habe ich mich verjagt. Tut mir leid, weil ich hier gerade geschrien habe. Boah! Alter, Vater! Grasche Scheiße! Wie weit ist es denn noch? Ich bin gleich da! Ich bin gleich da! Herzlichen Glückwunsch! Ich bin der Oberhecht. Hilfe, ich bin zombitös! Ja, was soll ich sagen? Ich bin gleich da, bin gleich da, bin gleich da, bin gleich da. Boah, 8 Uhr und das sieht hier aus wie 16 Uhr oder so, boah. Au! 100 Grad, äh, 100 Grad fahren halt. Wieso ist mir, mir ist auch warm. Ich zieh mal mein Shirt aus. Naja, du darfst nicht vergessen, dass wir ganz dicht am Verbrengten Biogen langlaufen, ne? Hm. Na, geht doch, Digge! Nein, ich brenne! Nein! Hör auf! Hör auf! Hör auf! Wie kann man sich löschen? Wasser! Muss dann Wasser springen! Geht man auch von alleine wieder aus? Naja, doch, gehst du auch, außer du stirbst vorher. Juch! Toll. Na endlich, geht doch! Bist du schon tot? Der ist tot! Ja, du bist tot! Habt ihr, äh, Dings dabei? Habt ihr, äh, Medica? Äääh! Bisschen, ja! Nicht viel. I need a Tablette, bitte. Also ich hab... Oh, da ist noch ein Auto. Ich werd mal hier ein bisschen looten, Jenny, ich warte auf dich. Ja, ja, ich bin jetzt gleich bei meinem Rucksack. Der ist jetzt irgendwo hier voraus. Also ich bin auch bei deinem Rucksack. Oh, ne gelbe Gardening Hole. Wow. Das stimmt nicht, die Anzeige. Mein Durchfall ist nicht in 1,4 Game Stunden weg. Ich kann dir das nicht sagen, Fleck. Totaler Mist. Ero. Scheibenkleister, hier ist ein Zombie bei mir, super. So, also zumindest euch beide hab ich jetzt auf dem Schirm. Ja, ja, immerhin. Ich bin da, guck mal, ich bin da. Ja, warte, ich muss mich mal kurz hier auskleiden. Ich mach mich mal naggisch für dich. Zieh dich als kleine Maus, mach dich naggisch. So, jetzt geht sie da runter. So. Weiter geht's. Oh, ich hab ein Haus gefunden, aber noch vor der Stadt. Da geh ich mal kurz rein. Vielleicht gibt's da was Spannendes. Wir müssen leider irgendwie ein bisschen südöstlicher bleiben, ne? Äh, äh, Quatsch, äh, südwestlicher, ne? Ja. Oh, da sind noch Spinde bei dir. Da, rechts, genau. Rechts, rechts, rechts. Jenny ist vorbei. Das ist die falsche. Das ist die falsche. Hm, Footballhelm. Wird so ein Footballhelm, Jenny? Ach du, nö. Der ist ja, ist eine ganz gute Protection. Ich hab irgend so einen Scale Cup. Guck mal, auch nicht rein. Was ist das für ein Ist, ja? Wow. Bist du bei mir? Nee. Ach nee, das sind Zombies. Ich fliege. Ich fliege. Wow. Ich seh nichts. Ich bin hinter dir. Warte, 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 warte. Ich komm angeflogen. Warte, pass auf, pass auf, pass auf, pass auf. Pass auf. Nya! Boah, Mann. Alter, Bro. Boah, Mann. Keine Sache. Das war doch richtig schick. Ich will auch nur Drogen. Ich will auch nur Drogen. Ich suche hier Drogen in dem Haus. Weißt du, er meldet sich seit ein paar Minuten nicht und das Erste, was man von ihm hört, ist, ich will Drogen. Ich suche Drogen. Drogen. Ich hab auch einen blöden Footballhelm gefunden. Ich brauche aber gar keinen. Was denn? Jenny, wir müssen jetzt in die Stadt. Jenny! Entschuldigung, ich muss aber ein bisschen meine... Ah, Gott sei Dank. Zombies töten, leveln und so. Bleibst du an mir dran? Bist du vor oder hinter mir? Oh, ich... Hinter dir. Hinter mir. Obwohl, das geht, ne? Boah, das ist aber noch ein Stück. Das ist wahrscheinlich direkt die Kante lang, ne? Die ist so gebogen. Bin ich dann rausgekommen? Ich sollte vielleicht mal auf dich warten, ne? Ja, wäre ganz lieb. Dafür hab ich Stoff besorgt. Also jetzt nicht die Drogen für Flags, sondern Stoff. Sie wollen Drogen. Ich bin Drogen, ich bin Drogen. Siehst du, das, das, Skinners, wenn ihr Drogen nehmt, das macht es aus euch. Schaut euch den Fleck an. Was? Das ist passiert, wenn ihr Drogen nehmt. Dem Fleck geht's gut. Jetzt kann ich als, jetzt kann ich als einer der Village People auftreten. Ich hab nix an, aber so ein Bauarbeiterhelm. Gerne. The Village People. Siehst du uns dann auch YMCA vor? Y-M-C-A. Ja, weiter. Wer macht den? Gonna stand in the wall of Y-M-C-A. Kennt jemand den Text außer Y-M-C-A? Oh, was ist das denn da? Ja, die haben natürlich auch mehrere wieder gesungen. Man kennt die auch. Ja, ja, aber das ist das bekannteste von allen, ne? Ja, klar. Dem Bär hat grad der Arsch gebrannt. Der Zombie hat den Bären angezündet. Wusstet ihr, dass das geht? Der hat der Arsch gebrannt. Also der Hintern. Der Hintern. Ich hab schon wieder ein gebrochenes Bein. So, ich dir, komm her. Ich mach dir. Jolle in Not. Rettet die Jenny. Also nicht ich in Not, sondern... Ne, Jenny. Ja, ich bin aber schon hinter dir, weil ich von Zombies wieder attackiert wurde. Wie immer. Du leust auch gar nicht mehr. Du, du, ähm, slidest. Du slidest, ja. Ja. Ich hab übrigens Kaffee gefunden. Kaffee. Ja, Kaffee haben wir auch schon massenweise zu Hause. Es war Zeit, dass wir anbauen. Na, dann kann ich ihn wegwerfen, oder? Weg. Ich dachte, Kaffee fehlt uns noch. Was fehlt uns denn noch in unserer Collection? Ähm, Blueberries und Kartoffeln. Ne, Blueberries haben wir da. Kartoffeln haben wir nicht. Dann sind es wahrscheinlich Kartoffeln, also Kartoffeln und Mais. Ja, hier kann man aber eigentlich ganz gut finden, weil ich sehe immer... Da hinten ist zum Beispiel wieder so ein... Und hier. So ein cooler. Cooler. Ich kann sagen, ich hab die Stadt gefunden. Die Stadt? Was ist das? Die Stadt. Ich bin jetzt drinnen. Hier fängt sie an. Ja, dann solltest du eventuell mal warten auf uns. Ich biege mal zu euch ab. Da ist sie! Jenny! Jenny! Wir sind da. Jenny, wir sind da! Yes! Ich biege mal zu euch ab. Ähm, Fleck, was hast du für einen Quality, Joe? Einen Weiß. Das ist jetzt... Der Skill. Gar keinen. Genau, das wollte ich damit sagen. Also, wenn wir jetzt sowas wie... Äh, was? Schon wieder die Konsole? Mann, scheiße! Die hatte ich auch gerade. Und jetzt kann ich schon wieder nicht looten. Oh Mann! Das ist doch ein Dreck. Also, wenn wir jetzt sowas wie, ähm, Schamanen, Shumway Foods finden und den Bücherladen und so weiter, dann muss ich den looten. Also, ey, ich muss das machen. Alles klar. Ich kann auch nicht looten. Ja, ich sag ja, du darfst auch nicht, Jenny. Nee. Nein, ich kann nicht öffnen. Das meine ich gerade damit. Ja, kann ich auch nicht. Das geht schon weg. Was war denn das für ein Konsol? Error, Task, Command, Reader, Steam. Aha. Key not found exception. The key, was? The given key was not present in the dictionary. Das Ding ist, ich habe auch keine Maus mehr. Ja, ne, Maus habe ich noch. Keine Mauszeiger. Also, ich glaube, ich muss einmal zwischen den Längen. Aufnahmen neu starten hier. Und das ist tatsächlich nur aus. Aus geht das gar nicht. Also, das hat der Refleck schon öfter. Wir müssen auch raus. Da. Wie, wir müssen? Ja, wir müssen, ihr Lieben. Tschö. Bis zum nächsten Mal. Ja, schön mit Ö. Jetzt aber ganz schnell raus, ja. Bis dann. Tschüss zum Wort raus. Meine Welt ist zu Ende.